So und hallo DRIHO meine werten Diablo 4 Fans und jetzt Fetzlespeed Zuschauer. Ich war noch mal kurz in der Stadt, um so Tränke abzugraden und so was, weil das ja irgendwie ab Level 20 ging. Und jetzt machen wir weiter mit der Hauptgeschichte. Ihre Mama finden, auch wenn ich so ein ganz schlechtes Bauchgefühl habe, was ihre Mama angeht. Also nicht die Mama, wo jetzt... Auch leicht verwirrend. Lilis, manche nennen sie die Tochter des Hasses und manche nennen sie Mutter. Werdet euch mal einig. Oh, ein Symbol aus Blutblüten. Wie eure Gedanken rasen. Ja, ich bin Lilis. Mutter von Santuario. Wer ist denn das? Tochter des Hasses. Das ist deine Mama. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanktuario gezerrt. Nein, ich... ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Ich habe dieses Tochter des Hasses... Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch. Das ist mehr wie Ziemsch aus Warner Vortykay mit dem Wissen. Ich habe viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich... ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen. Ich will es versuchen. Eure Mutter ist... am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Achso, das hat sie nicht gesehen. Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. Ja, es ist so... Hat man dann Angst um ihre Mama, oder? Wenn die so mitgeht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Hier in Warhammer gibt es ja die vier Chaos-Götter, Koan, Zinj und so weiter und so fort, kennt ihr ja bestimmt, was die meisten mehr davon gehört haben, zumindest. Und Diablo ist ja eigentlich so eher die Verkörperung von wegen Hass, also Krieg und Gewalt und ich weiß nicht was auch. Und Lilith benimmt sich überhaupt nicht so, Lilith benimmt sich mehr so wie mit Wissen anleiten und ich weiß nicht was. Ich bin nicht das komisch irgendwie, sie benimmt sich mehr wie Zinj, der Wissenssuchende, klar und nicht wie, äh, oh jetzt können wir hier umsonsten kennen, hier können wir das ja nachvollziehen, wenn wir fertig sind. Äh, sie benimmt sich nur mal Zinj mit dem Wissen, sie bietet Leuten Wissen, das kann ich schon mehrmals vor, oder? Das ist nicht wie Diablo, der Gott des Hasses, eigentlich der Gott, der Dämon des Hasses eben. Der eben mehr Korn verkörpert, der würde irgendwie nicht so vorgehen. Seit das Lilith ist, er nimmt sich dieses Ding nicht mit mir an, das ist für mich eine andere, äh, Dämonen-Oberhaut, das eher so agieren will. Ich habe nicht genug Energie. Irgendwie letztlich gemeint, weil es jetzt, das ist das Sexistische, oder? Wie gesagt, weil es ein weiblicher Diablo ist, muss er sich anders verhalten, wie ein männlicher Diablo. Oder bin ich dann der sexistische, ne, ne? Die haben eine sexistische Entscheidung getroffen, nicht ich. Wir haben sie ganz anders dargestellt. Nur weil, wer weiß, wir, aber vielleicht wollten sie was anderes machen als sonst, uh, wir war ja fast tot. Meine Güte. Ah, Sackgasse. Dass ich gleich an Weibchen, Männchen denke, klar, kann auch von mir ausgehen, aber... Es wirkt so. Ja, wie sie sie ganz darstellen, von Anfang an mit schönem Kleid und elegant und ich weiß nicht, was sind Diablos. Es ist mehr so ein riesiger Dämon, der alles abschlachtet, was ihm in die Nähe kommt, mit brutaler Gewalt und Feuerstücken und ich weiß nicht mehr. Wirkt hier so gar nicht so. Irgendwie. Wirken gegen Wünschen, ich meine Fett, das war. Ah ja, guck mal, ich bin wiedergelebt. Und Park, der Herr. Ich habe dann eben noch meine Kehlenfüße reingerät, eingestellt. Danke für die... Oh, bin ich wiederbelebt. Ach, komm her. Ich bin ein bisschen so, sich selbstzerstörende. Ich muss noch ein bisschen aufraten. So, ich bin in die Luft jagen gelegt, was ist sowas? Oh, meine. Oh, meine. Diekel reinlaufen. Also wieder länger überlebt, als ich gedacht habe. Ja, nee, dieses Auge-Ding da gefällt mir nicht. Weil das kommt ständig auch an den schlechtesten Momenten. Dann nehme ich lieber Kombo-Punkte. Weil ich setze regelmäßig meine Dings-Fertigkeit hier ein, meine Standard-Fertigkeit. Wenn ich verstärkt, dann automatisch die hier. Macht es auf der ersten Stufe ja nicht schlechter, oder? Oh, ich habe ausgenommen. Ja, hatte ich jetzt ein bisschen Angst, dass die nicht in die Luft jagen sind, aber wie die herangekommen sind, hm? So, der dritte Schuss ist verstärkt. Zwei, drei, Schuss. So, wenn man die nicht in die Energie bekommt. Das muss man halt nur den Rhythmus nehmen. Ist ja aber kein Problem. So, eins, zwei, drei, Schuss. Treffen müssen sie schon. Drei, Schuss. Was haben wir hier? Ansehen. Okay, kann man da runterspiegeln, was da unten abgeht. Schwarze See, ein schwarzer See. Nennt sich's aber viel Sees da nicht. Okay, hier kann man wieder raus aus dem Sichtmodus. Aber wir hätten sich wahrscheinlich ein bisschen umgucken können, aber das ist ja nun wirklich nicht, was wir hier gerade tun wollen. Sind die nicht auf Sightseeing. Oder nennt sich das so, die Umgebung abchicken, ob irgendwelche Feinde in der Nähe sind, um besser vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Wir müssen ihre Mama töten, ist doch klar. Wie, wiege, in die Wiege hinein, okay. Wie nannte sich das Quest gerade in den Sog? Ich hab schon gesagt, in den Sieg. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass die Mama vom Teufel besessen ist. Wir müssen sie killen, das glaube ich. Oh, da ist schon wieder, können wir Visionen abcatchen? Sehr sladen. Oh, neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurdet? Klar, hau rein. Ja. Oh, schon ihre Stimme. Entraut ihr mir? Und jetzt gibt sie sich ihr hin. Ich möchte es. Aber sie tut es noch nicht. Gut. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Ah, Bleichgesicht, okay. Ratma, den ersten Totenbeschwerung. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Hab gedacht, das wird so Akt 1 Endboss der Ratma. Es klingt, als würden sie nach Lilles Sohn Ratma suchen. Gemeinsam. Mutter, was denkt ihr? Na ja, sie verfällt langsam dem Dämonen, ist doch klar. So, Lilles benutzt ihre Zielart und die Fettigkeiten. Um hier fett aufzuräumen, das ist auch so, oder? So wirkt es auch nicht. So, weil die Falle schon platziert ist, ist ja nicht so gut. Okay, der rennt weg. Der rennt wieder weg. Hab ich den... Oh, 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 können wir dich noch in die Falle locken vielleicht? Wie der? Ich sag mal, dass die Falle nachschuldet. Schön nett von mir. Ziehen, ruhig, ziehen. Ja, fett auf natürlich ruhig. Ich hab hier noch ein paar Krämpfüße. Oh, was haben wir? Pelzbesetzte Stiefel. Lecker Schmecker. Immer her damit. Sollen wir da einmal abchecken? Was haben wir da? Wir sind schlechter. Alles klar. Danke für das Kommentar. So, rechts oder links? Was meint ihr? Enem, enemu. Links ist besser als rechts. Zumindest politisch gesehen. Aber ganz so links wollen wir natürlich auch nicht sein. Eine gute Mitte ist meistens das Beste, oder? Aber mittel ist im Weg gar nicht. Also. Extrem links und extrem rechts gab's nur zur Auswahl. Das ist doch kein, keine Wahl, Leute. Wir wollen was dazwischen. Ist doch klar. Was sie ja kam, haben wir uns entscheiden müssen. Ich muss mich entscheiden zwischen rechts und links. Schweine. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. und aber Pels besetzte Stiefel der Heiltrank dann aufnehmen dass diese Helden nicht ständig auf Toilette müssen hier ok alle und so läuft Lasst bitte in den Kommentaren da, ob ihr noch wollt, dass ich auf eine andere Klasse wechsle. Wie ist denn das für Zuschauer, wenn ihr mir die ganze Zeit nur einen Ranged-Charakter zuguckt? Das reinste auch. Wollte ich es lieber in Melee sehen, zumindest die, die sie angucken, sobald ich sie hochgeladen habe. Natürlich nicht die, die das jetzt ein Jahr später angucken oder was weiß ich. Die haben natürlich nicht mehr die Wahl. Ah, ich möchte hier gemütlich eure Inschrift lesen. Genau, da haben wir eine Reaktion von ihr. So, jetzt nochmal, da war was über Lilith. Benna hat's Aufzeichnung. Lilith öffnete mir die Augen für Inarius' Verbrechen. Er hinterging sie, verbannte sie. Er stahl die Macht ihrer Kinder. Er ist der Grund, weshalb wir schwach sind. Der Grund, weshalb wir sterben. Er stürzte uns ins Unglück, weil er uns fürchtete. Wir werden ihm zeigen, dass seine Angst begründet war. Ja, guck mal. Die Mama ist schon ganz auf Lilith Seite. Also ganz sicher ist die Kirche nicht perfekt hier auch in dem Spiel, wo es so extreme Gute und Böse getan hat. Das stimmt. Wie immer an solchen Spielen dann total machthungrig dargestellt und so. So, wenn jemand meine... Ich darf nicht. Ne? Stufe 21! Wuhuhu! Mach Fertigkeitpunkte, wo tu ich's hin? Wo tu ich's hin? Ich hab mich dafür entschieden. Die Krähenfüße machen jetzt unterkühlten Schaden. D.h. ein bisschen Frostschaden hier und da. Ist das nicht nett? Probieren wir doch gleich mal an, oder? Einfrieren tut's für mich, ne? Wissen sie lange nicht zu entgehen. Ja, die ist ja nicht so. Gehen wir hin. Ja, komm. Klappt ohne nicht ganz die Attacke, oder? Let's set. Vielleicht gezuckt, oder so? War das irgendein special enemy Ding? Jetzt setzen wir dich mal auf die Stacheln. So, passt doch. Mein Combo-Punkte sind voll und die verfallen nicht, oder? Die kann ich jetzt einfach irgendwann einsetzen, ne? Das ist viel besser als das andere Ding, finde ich. Wenn man sie so wann einsetzen kann, wenn man will, aber auch einfach ignorieren kann, wenn man will. Ich kann den Tor in der Uhr auch schön aus der Range zu gehen. Will das sein, als Jäger, wenn man die Aktion hat, Range zu machen? Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Schen wir irgendwie als sich da gerade die Fertigkeiten mit verliegen hat. Ich kann vier Fallen gleichzeitig haben. Ja, Herrgott. Wann platziert man schon vier Fallen? Also bin ich upgrade, kann ich vier Fallen gleichzeitig herange. Ich hoffe, es ist jetzt mindestens zwei oder so. auch hat wir sind versteckte truhe in der ecke und sich mal herrn ein ok abgeben immer jetzt das sieht aus ein bisschen wie boss mäßiger oder vision mäßige wieder versperrt weiß dass wir kommen weiß wieviel sie weiß geben haben wir hier geschenkt der mutter die kollegin von deiner mama momentan ist die einfach ich nehme es was immer wieder gemacht hat es war die vielleicht für nahkämpfer schwer oder so gucken uns die vision eure furcht überwunden doch ich spüre noch euren schmerz ihr vermisst eure tochter mein würgelchen sie hat sicher furchtbare angst geht oder bleibt es ist zeit sich zu entscheiden ich habe sie gut ausgebildet sie ist ein gutes kind stark sie wird zurechtkommen sie ihr habt eine weise wahl getroffen riesiger dämon vor dir müssen wir den sie am fuße dieser ruinen überqueren das erfordert ein ritual ich bringe es euch bei kannst du nicht entweder oder also wieso nicht was dazwischen nein ich will nicht was mit dem priester da zu tun haben ihr seid bereit für die erste lektion blut ist der schlüssel oder mit ihm ist also wieder diesmal gesehen ihr müsst mich nicht schon sagt es mir Lillis hat vor eurer Mutter ein Ritual beizubringen eines das Blut erfordert eure Mutter wirkte empfänglich wir müssen zu ihnen wir müssen zu ihnen zweideutig mein lieber empfänglich ja aber es ist das richtige Wort in dem Moment natürlich sie sah so aus als würde sie das geschenk Lillis empfangen wollen die gibt sich Lillis hin herzlichen Glückwunsch so jede Menge Segen aus aller möglichen Richtungen und wir versuchen sie mal in eine Linie zu locken kommt ruhig alle und kommt auch in meine Falle lana 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 oh das war ein ui 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 da kommt ruhig alle und kippt in meine Falle rechts oder links diesmal gehen wir mal rechts anstatt geradeaus warte wir wollen das vielleicht nicht so bevorzug uu 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 was ist das ein Zermalmer dicker fetter Gegner mit der ist das ja mega Kriegskeule hm kann man noch trinken und den Heiltreffer holen nicht dass der despaunt ui uu 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 So, läuft, oder? Geschmeidet. Ich vergesse ständig durch mein Gift aufzulegen. Und durch und zack. Und durch und zack. Combo-Punkte nicht vergessen aufzudömen. Läuft. Viel angenehmer. Ich finde immer noch zu viele Durcheinanderfertigkeit. Gerade dieses Infusions-Dinsel-Bunsel. Und bricht ein bisschen aus meinem Rhythmus raus. Vielleicht könnte ich da noch mal ein anderes Element rein. Schatten-Element oder sowas. Hatte ich noch nie groß ausprobiert. Das soll ja gut gegen Massen sein. Nach der Beschreibung gibt es dann eben so eine Schatten-Explosion, wenn man jemand damit killt. Aber weil ich halt Gift umsonst habe. Habe ich halt Gift umsonst. So, nach links sieht es diesmal aus. Als würde es nur im Kreis führen. Wenn wir die Hauptgeschichte konzentrieren wollen. Machen wir hier mal weiter nach rechts. Perfekt. So, die haben wir aber gut eingestellt. Läuft nochmal durch alles durch. Wir sind schon tot. In Buddha. Alles in Buddha. Wir sind sicher. Oh, irgendwas habe ich getroffen da unten. Feugst du uns jetzt? Da läuft. Böser Bubi. So, und weg bist du. Klasse. Krone des Schreitens. Gucken wir uns vielleicht später mal an. Haben wir noch mehr. Wie albern jetzt meine geistlosen Fantasien von gestern erscheinen. Was? Wie albern jetzt meine geistlosen Fantasien von gestern erscheinen. Ah, so. So. Ich glaube an die Horadrim. Doch ich wurde getäuscht. Mit ihnen als unsere Streiter können wir kaum überleben. Doch Lilith wird uns zum Sieg führen. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche. Doch ich war es, die gefunden werden musste. Oh Mann. So easy, die alle zu überzeugen. Wahrscheinlich werden sie hoffnungslos sind irgendwann, oder? Dass die alle so leicht von Lilith unkerbar sind. So. So. Guck dir das an. Der hat mich herangezogen, der Pisser. So. Jetzt hat er. Oh. Das ist ein wichtiger Elite. Ja. Nicht nur so Larifarien Elite anscheinend. Der hat's wohl drauf. So legen wir in die Falle. Der ist nicht mal zur Falle mehr gekommen. Wunderbar. So mögen wir das. Ich muss mehr Heiltränke im regelmäßigen Abstand nehmen. Ja. Es ist so. Ähm. Dass ich da überhaupt nicht richtig drauf achte. Und ich wäre fast verreckt gerade. Mhm. Oh. Wir haben wieder eine hässliche Fahrrüstungskombination. Äh. Ab. So. Oh. So. Du bist jetzt mit mir passiert. Ich kann mich gar nicht verwegen. Also. Irgendwas umgeworfen oder so. Durch das ganze grüne Zeugs kann das gar nicht richtig erkennen. Hat der voll die Rangedroden-Attack gehabt oder was war da gerade? So. Ein Schlabungo. Läuft. Mit den ganzen Fallen und Fällenflüßen und ich weiß nicht was. Da ist er. Genau, da ist es. Bumm. Ich bin auch vergiftet. Bumm. Für den nächsten Punkt kommt er sparschend auf Schatten und Begegnung zu gucken, wie das sich anfühlt. Ich habe das Gefühl, dass Doppelvergiften nichts bringt. Oder es deckt sich das, kriegt man das recherchiert. Weil hier habe ich Eis. Und da habe ich Dich. Könnte sehr gut sein, dass, wenn ich jetzt noch Schatten dazu mache, alles wunderbar. Ich habe keine Verfügung. Feuer fällt mir gerade auf. Feuer kann ich gar nicht. Vielleicht hat es sich nicht. Dass der Jäger nichts für Feuer hat. Unrealistisch, oder? Wobei es ist ja magisches Feuer. Dann ist es nicht mehr unrealistisch. Wobei man Schatten, Magie machen kann. Vielleicht hat er auch noch woanders Feuer. Und irgendeine andere Abteilung. Oder dann hat er nicht einfach eine Fertigkeit. Wenn man doch Feuer als hier geknackt hat. Und woanders hat. Oder einfach irgendeinen Edelstein auf eine Waffe packen. Und dann kann man auch Feuer scha- Oh. Falsche Richtung. Hätte ich mal besser auf die Karte geguckt, ne? Laufen wir hier im Kreis. Und am Ende geht es doch nach links, ne? Falls es der richtige Weg ist, wissen wir noch. Na, 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 na. Erst mal, ne, dann die Fanfüße, muss ich schon merken, ne? Wegen dem Zurückhüpfen. Oh. Eine Tür. Diesmal ist hier nicht verschlossen. Hm? Hätte ich ja sein können. Jetzt muss man erst einen Boss finden und einen Schlüssel, oder? Hm? Es scheint die gleiche Art von Magie zu sein wie vorhin. Ja. Aber ich sehe nichts auf dem Boden. Die Tür ist verriegelt. Dämonen nahen. Wir müssen hier durch. Ich glaube, ich kann sie bannen. Hm, okay. Seit wann kannst du sowas? Aber nur so eine Spielemechanik, damit wir hier jetzt hier ein paar Monsterherden ankämpfen. So, lauf in meine Fanfüße, genau, lauf hinein. Ja, haha, 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 haha. Oh, genau, so muss es sein. Ah, ich bin doch mehr zu planen, meine ganzen... äh, Gott-Ferflichkeiten, die in der uns ist. Ich habe nicht verwandelt ausreichend. Oh, oh. so, lass natürlich mal jetzt was zu teilen, das nimm jetzt nicht genau, nimm das auch ok, dann läuft man noch anders hier, oh, das war's in Ordnung lief besser als gedacht, ich hab gedacht, die überfordern mich jetzt hier komplett, aber ging doch, ging gut auch hm, gibt's hier noch ein Trühchen wenn's hier schon so ein extra, nö, gibt's nicht haben wir noch Zeit, sind wir noch eine halbe Stunde berecht, ja, wir können weiter, gucken, wie's weitergeht mhm, mhm, mhm und der Preis des Wissens Sturm auf das Tor lose Fliese wie witzig, war aber nix drin, oder was so, wie, was sagt die Karte, die Karte sagt, hier ist Sackgasse oder, äh, nein die Karte sagt, hier können wir auch lang, was geht denn jetzt ist das irgendeine Abkürzung, die wir jetzt freigeschaltet haben, oder was, weil das ist doch der Weg zurück oder bilde ich mir das ein, oh, hier ist noch ne noch mehr Aufzeichnung von ihrer Mama welch süßer Geschmack, Lilith bat mich um Hilfe bei einem Ritual die Opferung eines Priesters der Eskorte, hm, er wehrte sich nicht, er betete einfach, während wir sein Blut nutzbar machten, vergebt meine Handschrift, ich zittere noch immer oh, Macht tänzelt Blut über meine Knochen, jetzt wandle ich auf dem Pfad unserer Schöpferin oh, sie wird wahnsinnig dann müssen sie wahrscheinlich töten nicht genug Blut, nie genug Blut oh, das, das klingt toll ich folge euch bis zum Ende von Sanctuarium, Mutter das, das klingt ganz toll, ja unbedingt, also so mag man das natürlich das ist der Priester vielleicht, ne, ein toter Priester eine tiefe Wunde an seinem Hals ließ sein Blut entweichen ein Priester er muss zur Eskorte gehören die Vigo geschickt hat er wurde völlig ausgesaugt was hat sie getan naja, was wohl Ritual, bla 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 da ist sie ist doch klar, was sie getan hat, oder? total logisch geht voraus ich halte euch den Rücken frei ja, ja dein Mama ist total Dämonen wahnsinnig oh, will sie bekehren klar hinter diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen ein Hort der Magie und des Wissens ich habe Lilith den Weg geöffnet doch konnte sie nicht begleiten mir, mir fehlt das göttliche Element verstehst du oh je nicht doch ich kann es finden ich bin so nah dran ich brauche nur Mutter, hör auf noch mehr Blumen sieh nur, was Lilith dir angetan hat du schreibst mit deinem eigenen Blut mein kleines Vögelchen sie hat mich erweckt sie hat mir Dinge gezeigt Dinge, die ich nicht einmal in Worte fassen kann sobald ich fertig bin wirst du es verstehen mir ist egal, was sie dir gezeigt hat bitte lass uns einfach von hier verschwinden ich verstehe ich verstehe ja, schlaues Vögelchen du willst mich weglocken um alles für dich zu haben oh nein, oh nein ok das ist meine Entdeckung nicht deine ich werde diese Runen mit deinem Blut naja klar, oder? verwandelt sie sich noch in den Dämon ne dieses ganze Kreide-Ding hier muss sie das noch im Blut machen? na, herrlich ein Blut sie hat die Erfüllung so schön, das ist ein ganz tolles Zeichen oder? wenn du Dämonen beschwören kannst das ist immer, ja dann bist du auf dem richtigen Weg dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist hier guckt euch das ganze Kreidezeug an das ist alles noch, was sie mit Blut ausfüllen muss meine Güte war doch klar, ihr eigenes Blut reicht da vorne und hinten, oder? das ist ja nervig guckt euch das an hier, warum? was muss man nicht ausweichen? das ist ja mega unangenehm guckt euch das an das ist ein bisschen dämlich in der Schale hier aua, aua, aua peilen au ah, was war das denn? ach so, weil wir da hingegangen sind wo sie nicht sein darf äh, wo man nicht sein darf äh, wo man nicht sein darf noch mehr wawawawawawawas da hattest du doch gar kein Blut gemalt auch das ist ja b ein gar angesichts in weil es wird st worauf n droden ausweichen sache auch es hat sie gut kraft gekostet das alles mit ihrem blut zu beschwören jetzt kommt die letzte dickewelle ich habe verstanden wir müssen uns um sie herum bewegen klappt das besser und dann schaue eh nicht schlimm wenn man bewegend zu bleiben hat sie einen tollen Gegner hier au 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 scheiße die au 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 ich habe einen verlangsam ich habe einen verlangsam ich habe einen schaden richtig weh wenn er verlangsam ist was verlangsam ist hey 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 die haben mich noch gar nicht getroffen jetzt bin ich wieder ein gewisses zu dem Moment also ich bin da ein bisschen meine Fanfüße lachen und ich bin da ein bisschen zu tun ja ich habe jetzt schon mal eine die ah verrund ja ich brauche Zeit um das zu tun Heiltränke geploppt, das ist immer gut, kann man dem ausweichen und hier waren ja ganz viele Heiltränke, wo kommen die jetzt hier im Anleischem, dem Boss sozusagen, in den Kämpfer? Die Fallen vor allem, BAM-Füße für euch und dann weg hier, weil ihre Attacke dann dahin SPAM! Ok, jetzt kommt gleich ihre Attacke in meine Richtung. Natürlich, ich wollte R1 benutzen, um die Attacke zu erreichen, leider nicht ganz gut. Ok, ok, das ist kacke, wieso kommt hier jetzt noch mehr, hab ich nicht zu lange gebraucht. Jetzt noch mehr geht man, das tut weh. Oh, 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 oh. Da ist ein Heiltrack, da bennen wir hin, auch wenn es ihm selber schaden macht. Au, hier weg, weg, weg. Oh, 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 hier geht's ab, meine Güte. So viel mehr geht, ne? Oh, 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 oh! Ich bin ganz verwundet, muss man sich aufhalten. Shit, man kann ja nicht dastehen und dann bitte spammen. Dann bin sofort der Mäste. Nähne, schuld. Au, ge, ne? Ich hätte gern auch mehr Zeit. Ich kann hier keine von meinen Special Fertigkeiten kommen. ich bin müde, ich benutze mich. Jetzt möchte ich noch ein, zwei Runden verfehlen. So, ich bin mit Energie für den E-S hiervon, das ist nur Köln-Boot. Den Fettigkeiten versuchen auszuweichen, durchzudotchen vielleicht. Und dann vielleicht wieder rein. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja, wir nehmen dir ja so viel Zeit, wie du willst, wir haben sie anscheinend gerade ganz entspannt. War doch klar, was haben wir erwartet? Die war schon voll besessen. Das tut mir leid, ja klar tut's mir leid, aber es war vorauszusehen, oder? Ihr habt mich beschützt. Ich will euch nicht hassen. Ich versuche es. Wirklich. Wirklich? Lilith wird für das bezahlen, was sie getan hat. Wir brauchen also gesegnetes Blut. Kehrt zu eurer Prava zurück. Holt euch euren Segen. Bettelt, wenn ihr müsst. Was immer nötig ist. Meine Mutter hat dieses verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Trefft mich im Mistralwald. Warum dort? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, kann ich sie wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lass mich einfach. Stimmt, stimmt. Die Horadrim sind natürlich der Mittelweg. Wir haben ja vorhin von rechts und links und so gesprochen. Und gut und böse und so und bla. Aber klar, die Horadrim habe ich gar nicht dran gedacht. Okay, dann sind wir jetzt auf dem richtigen Weg. Und würde ich sagen, eine Stelle abgeschlossen. Auf zum nächsten. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Mal schauen, wie die Hauptgeschichte weitergeht das nächste Mal. Tschüssi Kowski und Bye Bye.